In diesem Video geht es jetzt um das OLED-Display. Das Display hat eine Auflösung von 128 zu 64 und ist an den Quadrat-C-Pin angeschlossen. Zur Theorie würde ich gar nicht viel sagen wollen. So ein OLED-Display ist ein bisschen komplizierter, wie das funktioniert. Vielleicht noch ganz wichtig zu wissen oder informativ zu wissen, dass dieses OLED-Display nur blaue Farben darstellen kann. Also es ist ein relativ simples, einfaches Display mit einer geringen Auflösung, dafür aber auch eben sehr günstig. Ja, und dann würde ich direkt auf den Sketch eingehen, den ich mir hier auch schon mal in meinen Editor reinkopiert habe und das Ganze wieder von oben nach unten durchspielen. Also wir haben hier im Endeffekt am Anfang wieder einmal die Arduino-Sensor-Kit-Bibliothek eingepflegt, in der der OLED-Display ja enthalten ist. Dann haben wir im Setup gesagt OLED-Beginn, also den OLED-Display wollen wir jetzt ansteuern, darum geht es. Und OLED-Set-Flip-Mode auf True. Ich überspiele das ganze Programm jetzt einmal, damit wir uns besser angucken können, was das bedeutet, OLED-Set-Flip-Mode auf True. Und zwar seht ihr jetzt Analog-Value und einen bestimmten Zahlenwert. Wenn ich jetzt hier OLED-Flip-Mode auf False mache und das Ganze mal überspiele, dann wird sich das Ganze drehen. Also hier kann ich die Ausrichtung, die Drehausrichtung des Displays bestimmen. Das möchte ich jetzt aber wieder richtig rum haben. Also mache ich wieder True und gehe mal weiter im Programm, denn auch dieses Programm ist nicht perfekt. Da gibt es ein paar Ungereimtheiten, finde ich, die eigentlich echt ungünstig sind, wo ich mich frage, warum das von Anfang an so gemacht wurde. Das ist ein bisschen verwirrend, also nicht gerade logisch auf den ersten Blick. Nämlich jetzt steht auf dem Display Analog-Value. Warum steht da Analog-Value und wo nimmt er sich diesen analogen Wert überhaupt her? Das geht aus dem Loop hervor. Also am Anfang des Loops wurde eine Variable definiert vom Datentyp int. Und die liest hier mit diesem Befehl Analog-Read den Pin A0 aus. Wir könnten jetzt hier oben auch noch eine Variable definieren, die wir meinetwegen Potentiometer nennen. Und dann können wir hier auch bei Pin A0 Potentiometer hinschreiben, weil eben an unserem analogen Pin A0 liegt das Potentiometer. Also unser Drehknopf und den liest er dann aus. Ich mache das jetzt aber nicht hier mit noch neun Variablen definieren, sondern wir nennen den Pin im Programm einfach hier A0. Er liest also A0 aus. Und je nachdem, was ich am Potentiometer jetzt einstelle, wenn ich das Ganze nach links drehe, dann steht da 102. Wenn ich es ganz nach rechts drehe, dann steht da 72. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil wenn ihr euch noch an das Potentiometer-Video erinnert, könnt ihr ja nochmal reinsetzen, wenn ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt oder euch noch gar nicht angeguckt habt. Dann hat das Potentiometer eine Auflösung von 10 Bit, also geht von 0 bis 1023. Das entspricht überhaupt nicht diesen Werten, die jetzt auf dem Display stehen, sondern ja, sowas ganz anderes. Aber, was mich stutzig gemacht hat, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, dieses Programm, hier steht zumindest 102. Was mich, also was darauf deutet, finde ich, dass einfach nicht genug Platz auf dem Display ist und die drei jetzt am Ende im Endeffekt abgeschnitten wird. Ja, wie kann ich das ändern? Wir haben hier die ganzen OLED-Display-Funktionen, die uns zur Verfügung stehen und daran kann ich was ändern. Wir können zum Beispiel sagen, OLED-Set-Font auf diese Schriftart und diese Größe. Das lasse ich jetzt erstmal unangetastet. Dann, wo soll die Schrift beginnen? Bei Pixel 0 und dem Pixel 33 in der Höhe. Wenn ich diesen Wert hier ändere, ich mache da jetzt mal 40 raus, verspiele das Ganze mal, dann könnt ihr mal auf das Display achten, was dann passiert. Der Display geht nach oben, also die Pixel gehen nach oben. Wenn ich jetzt hier einfach nur 10 eintippe, dann wird das Ganze ein bisschen weiter nach unten gehen. Ja, und so weiter und so fort. Das kann man ja so ein bisschen mal austesten, was dann passiert. Dann OLED-Print-Analog-Value. Das ist quasi das, was vor unserem Doppelpunkt steht. Und das möchte ich jetzt kürzer haben, damit man die drei von unseren 1023 am Ende noch erkennt. Ich vermute ja, dass das so ist jetzt erstmal nur. Dass am Ende der letzte Wert abgeschnitten wird. Jetzt steht der Wert 1023. Das passt also soweit. Wenn ich das Potentiometer ganz nach links gedreht habe. Wenn ich es jetzt in die Mitte drehe, steht aber plötzlich ein Wert von 6903. Was für mich jetzt erstmal keinen Sinn macht, weil das größer als 1023 ist. So hoch geht unser Potentiometer eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich ganz nach rechts gedreht. Und jetzt steht da 473. Also das sind komische Werte, die anfangs ja erstmal stutzig machen können. Hier steht jetzt in der nächsten Zeile, gehen wir mal da drauf, OLED-Print-Value. Was ist unser Value? Unser Value ist hier oben das, was am Pin A0 ausgegeben wird. Das dürfte sich eigentlich nur zwischen 0 und 1023 befinden. Was ich jetzt rausgekriegt habe, ist, dass, also was dieses Problem behebt, ich würde dazu diese Zeile einmal kopieren, ist, dass wir eine neue Zeile einfügen müssen. Und das geht ja mit dem Befehl OLED-Print oder Serial-Print beim Serial-Monitor LN. Also Line-New, so merke ich mir das immer. Schreibe dahinter nur ein Leerzeichen. Und das würde bedeuten, jetzt steht hier Wert, Doppelpunkt, unser Zahlenwert, der ja gerade nicht gepasst hat. Und dahinter eine Leerzeile. Und dann kommt eine neue Zeile. Gucken wir mal, was dann passiert. Jetzt haben wir hier den Wert 0. Das Potentiometer ist ganz nach rechts gedreht. Jetzt ist es ein bisschen auf die Mitte. Dann haben wir den Wert 393. Und jetzt mache ich es ganz nach links. Dann haben wir den Wert 1023. Also erst jetzt passt das. Diese Zeile hier im Endeffekt, die mäht diesen Bug aus. Hinter dem Value habe ich noch eine Leerzeile gemacht auf meinem Display. Und dann gesagt, Line-New. Also neue Zeile. Und dann kommt hier nochmal OLED-Refresh-Display. Das bedeutet einfach, er setzt den OLED-Display nochmal zurück. Wartet eine Sekunde und dann liest er das Ganze wieder aus. Je nachdem, wie mein Potentiometer jetzt eingestellt ist. Gibt er einen entsprechenden Wert aus. Und jetzt passt das. Also im Endeffekt ein kleiner Bug, wie ich finde. Den man aber relativ leicht beheben kann. Und man sieht jetzt auch schon ganz gut. Man kann, das ist jetzt das erste Bauteil, was mit einem anderen Bauteil kombiniert ist. Wir haben jetzt also den Display mit unserem Potentiometer kombiniert. Und da können wir uns auch vorstellen, dass wir den Display als nächstes zum Beispiel für unseren Erdbebendetektor mit dem Beschleunigungssensor kombinieren könnten. Und das wollen wir später auch machen, sodass wir sagen, okay, der Beschleunigungssensor, der kann Werte in X, Y und Z-Richtung ja auslesen. Die haben wir im Serial Monitor ausgegeben eben. Und das Gleiche können wir natürlich auch auf dem OLED-Display ausgeben. Oder wir können programmieren, wenn die Erschütterung der ausgemessenen Werte in X, Y und Z-Richtung zu groß sind, dann soll die LED anfangen zu blinken und so weiter und so fort. Also jetzt geht es nach diesem Video, nachdem alle einzelnen Bauteile bekannt sind, geht es ein bisschen um die Kombination der Sensoren und Aktoren, um dann unseren Erdbebensimulator zu realisieren. Aber was man ja auch machen könnte, zum Beispiel ein Crash-Detektor im Auto zum Beispiel. Dafür werden die Beschleunigungssensoren ja auch wirklich genutzt, dass dann zum Beispiel der Airbag aufgeht. Und ja, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Im Handy zum Beispiel, wenn ich das Handy um 90 Grad drehe, dass ich dann das Video auch um 90 Grad drehe und so weiter und so fort. Und ja, jetzt sind wir erstmal mit allen Sensorenaktoren durch. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Part erst, nämlich das Kombinieren dieser Bauteile untereinander.